Marius Ebert hier. Wir spielen Frage und Antwort. Hier kommt die Frage. Erlischt die Prokura, wenn der Geschäftsführer stirbt? Fragezeichen. Und die Antwort ist einfach. Sie lautet Nein. Ja, durch den Tod des Geschäfts... Quatsch, was rede ich denn hier? Hallo, Marius Ebert hier. Wir spielen Frage und Antwort. Hier kommt die Frage. Erlischt die Prokura? Komma. Wenn der Geschäftsinhaber... Das ist der, der sich ja durch den Prokuristen vertreten lässt, wenn der stirbt. Erlischt dann die Prokura? Und die Antwort ist einfach. Sie lautet Nein. Die Prokura erlischt nicht durch den Tod des Geschäftsinhabers. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter dem Video. Dieser Link führt Sie zu meinem Lernsystem und das sollten Sie kennen. Alles Gute, Marius Ebert. Gute, Marius Ebert. Untertitelung. Schreie zu können, wie Sie die Prokura erläutern, wie Sie die Prokura erläutern. Und Sie haben die Prokura erläutern,